Wie ich sehe, seid ihr eingetroffen. Dies ist der Vorabend der Zerschlagung, als der Zusammenbruch des Brunnens der Ewigkeit die Kontinente formte. Er ist nah und verbirgt sich in den Schatten. Ich kann es spüren. Du da, Teufelswache, schütze diesen Bereich. Ihr anderen, sichert den Innenhof. Hier drüben, in dich. Wir verstecken uns in den Schatten. Verborgen vor uns. Kommt mit mir, falls ihr lang genug leben wollt, um zu sehen, wie ich die Welt rette. Ich habe einen einzigen Wächter-Dämon. Gut hundert Nachtwelfen töten sie. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir haben eine bessere Chance, wenn wir gemeinsam kämpfen. Kommt mit mir, falls ihr lang genug leben wollt, um zu sehen, wie ich die Welt rette. So viele Dämonen. Und keine Zeit. Ich werde sie aufhalten, sodass wir vorbei können. Haltet euch bereit. Meine Magie lässt nach. Ich gehe hindurch. Angriff. Ich warte nicht gerne. Ich bin außerhalb von mir. Zerschlagt den Kristall. Wir müssen weiter. Lauf, wie er geht. Bleib dich bei mir. Lauf, wie er geht. Das Portal schließt sich. Schnell. Der Gestank von Pech und Schwefe. Diese Portale sind genauso verderbt wie die Dämonen selbst. Er schlagt diesen hier aus den Schatten heraus. Meine Klingen. Lasst uns dieses letzte Portal schließen und die Sache beenden. Meine Klingen sind durstig. Ich habe kein Ziel. Das Portal ist zerschlossen. Zerstört den Energiefokus des Portals. Don't. Lauf, lauf. Wir gehen. Bleib dich bei mir. Das Portal schließt sich. Schnell. Dann dürften alle verschwinden. Wir werden im Handumdrehen am Palast sein. Wer hat die Portale geschlossen? Schlaue kleine Würmer. Die Dämonen strömen nicht länger aus dem Palast. Wir können weiter. Zu einfach. Noch ein Dämon, der darauf wartet, vernichtet zu werden. Niemand wird den Palast erreichen. Nein! Wie kann das sein? Gute Arbeit. Doch für den Moment muss ich allein weiter. Die Zeit ist ein verworrenes Netz. Die Zeit brütet nicht zu sehr. Ah, willkommen. Seid ihr hier, um mit uns das Fest zu feiern? Nein? Wie schade. Ich habe keine Zeit für solche Ablenkungen. Bewahre der Ewigkeit. Werdet ihr für eure Königin kämpfen? Ich bete, dass das Licht der tausend Monde mir diese Ehre gewähren wird. Diese Fremden wollen sich dem Willen eurer Königin weiterhin widersetzen. Wer hält sie auf? Ja, Lichter, Lichter. Mein Leben gehört euch. Und seid glücklich. Ich bin außer Reichweite. Meine geliebten Untertanen. Für eine perfekte Welt muss das Unvollkommene ausgerottet werden. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Weil die Welt ist schön. Ah, willkommen. Seid ihr hier, um mit uns das Fest zu feiern? Nein? Wie schade. Ich habe keine Zeit für solche Ablenkungen. Bewahre der Ewigkeit. Werdet ihr für eure Königin kämpfen? Ich bete, dass das Licht der tausend Monden ist. Ich kann dieses Ziel nicht anrufen. Wer hält sie auf? Ja, Licht der Lichter. Mein Leben gehört euch. Meine geliebten Untertanen, ich flehe euch an. Bringt diese missgestalten um. Das ist zu weit entfernt. Ich bin locker ein Ziel. So gern ich auch Gastgeberin bin, muss ich mich doch um wichtigere Angelegenheiten kümmern. Reiter, zu mir. Zu Diensten, verehrte Königin. Mein nobler Varuten, kehrt zurück und beseitigt diese mörderischen Briganten. Sie sind es! Helden! Wir wurden von Nostormo gesandt. Schnell! Steigt auf! Wir müssen euch zur Drachenseele bringen! Schwester, schau! Das Artefakt ist von einer Aura der Dunkelheit umgeben. Die Aspekte! Kommt, Schwester! Es wird Zeit, dies zu beenden! Wir werden die Drachenseele vom dunklen Einfluss der alten Götter befreien! Ihr magt es, meine Schöpfung zu berühren? Sie gehört mir! 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 Neltarion! Was habt ihr getan? Sie gehört mir! Wir haben ihn verloren, Schwester. Er ist nicht mehr Neltarion. Die Macht der Seele zerreißt ihn! Niemand wird sie mir wegnehmen! Schwester! Die alten Götter beschützen die Seele! Die Verbindung zum Portal muss unterbrochen werden! Auf zu Sturmgrimm! Kannst du das Portal schließen, Bruder? Kannst du das Portal schließen, Bruder? Wir haben ihn verloren! In Ordnung! Dann brechen wir ihn für dich! Er weiß, was wir versuchen! Wir haben nicht viel Zeit! Der Wald wimmelt von seinen Dämonen! Der Wald wimmelt von seinen Dämonen! Lass sie kommen! Mutter Mond! Führe uns durch diese Dunkelheit! ... Ich kann das nicht anbieten. Ich kann das nicht anbieten. Ich kann das nicht anbieten. Ich kann die ungezügelte Macht des Brunnens der Ewigkeit spüren. Ich kann das nicht anbieten. Ich kann das nicht anbieten. Ich kann das nicht anbieten. Ich habe kein Ziel. Ich kann das nicht anbieten. 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 Für euch, Aschara! Kommt, Sturm Grimm, und ich zeige euch, was jenen passiert, die den Herren der Legion verraten. Elune, führe meine Pfeile! Ich habe euch enttäuscht. Vergebt mir, verehrte Aschara! Ja, ja! Ich kann seinen brennenden Blick auf mir spüren. Er ist nah. So nah. Eure Welt schlacht. Mein Furion, er hat es geschafft. Das Portal bricht zusammen. Alles endet im Nichts. Nein! Nein! Diesen Sieg lasse ich mir nicht entreißen. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Man wird mich nicht aus dieser armseligen Welt reißen. Nein! 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 Was führt euch hierher? So sieht man sich wieder. Die Drachenseele ist wieder sicher. Schnell, hinein in das Zeitportal, bevor die Welt zerbricht. Ich brauche ein Ziel. Malfurion. Ruhig, Tyrande. Wo ist Elidan? Am Brunnenrand. Der Brunnen ist außer Kontrolle. Ja. Er wurde von zu vielen Zaubern durchwirkt. Das Aufheben, das wir, insbesondere ihr, um das Portal gemacht haben, war zu viel. Derselbe Zauber, der die brennende Legion zurück in ihr verdorbenes Reich gesandt hat, wirkt jetzt auf den Brunnen. Er verschlingt sowohl sich selbst als auch seine Umgebung. Faszinierend, nicht wahr? Nicht, wenn er uns erfasst. Warum bist du nicht geflohen? Warum hast du deine Hand in den Brunnen getaucht? Ich habe versucht, Tyrande und mich herauszuteleportieren, aber der Brunnen verhindert es. Hier lang! Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich danke euch. Ohne eure Hilfe wäre unsere Welt... Ich mag es mir nicht vorstellen. Die Mondgöttin erleuchte euren Pfad. Hi! Haben wir das nicht schon einmal gemacht? Lugta! Was ist euer Wunsch? fertig! Wir haben die Drachenseele. Die Aspekte erwarten uns im Wirmroh-Tempel. Kommt mit mir. Schamane, die Drachenseele gehört euch nicht. Gebt sie auf und vielleicht werdet ihr überleben. Gebt die Drachenseele. Gebt die Drachenseele. Wir bauen sie auf und vielleicht werden wir die Drachenseele. ReSMN f Bill Clinton. Ja, erst seitdem wird' Menschenhovah's Staming. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020